Hallo, willkommen, schön, dass du da bist. Wir werden unser Warm-up zweimal hintereinander tanzen. In der ersten Runde werde ich dich durchsprechen, in der zweiten Runde werde ich still sein. Wenn du also keine Erklärungen brauchst oder möchtest, dann spring gerne gleich in die zweite Hälfte des Videos. Wir beginnen mit einem Schritt nach rechts und bringen die Arme hoch und tief. Ein letztes Mal nach links, kreis die Schultern nach hinten. Wechsel die Richtung, kreis nach vorne. Noch einmal jede Seite. Jetzt bring den rechten Arm nach oben, ziehe nach links, bring beide Arme nach oben, kreise einmal in die Gegenrichtung und rolle wieder hoch. Linke Arm nach rechts, kreise dann mit beiden Armen weit nach links, nach unten in die Mitte und rolle wieder hoch. Lass das rechte Bein kreisen, als würdest du achte auf den Boden malen. Tippe einmal rechts und links. Jetzt lass das linke Bein kreisen. Tippe einmal links und einmal rechts. Jetzt weit nach rechts und kreise den Arm von vorne nach hinten. Wechsel jetzt die Armrichtung und kreise den rechten Arm von hinten nach vorne. Noch zwei Wiederholungen. Jetzt roll langsam Wirbel für Wirbel nach unten. Beuge das linke Bein und kreise den rechten Arm einmal über hinten nach vorne. Wechsel die Richtung, anderes Bein beugen, andere Arm kreist. Beuge die Beine, lauf nach vorne in den Liegestütz. Lauf direkt wieder zurück, halte ganz kurz im Squat und lauf wieder nach vorne. Lauf wieder zurück und roll wieder nach oben. Der rechte Arm kreist weit nach links und beide Arme über oben nach unten in die Mitte, roll wieder hoch. Linke Arm nach rechts und beide Arme über oben nach unten, roll wieder hoch. Lass das rechte Bein kreisen, möglichst locker im Hüftgelenk. Tipp hin und her, wechsel das Bein. Tipp hin und her. Weit zur Seite nach rechts, nach links. Und wechsel die Armrichtung. Mach dich möglichst lang. Bring die Beine weit auseinander, Knie zeigen zur Seite und sink nach unten in eine zweite Position. Lass die Handgelenke kreisen und wippe leicht auf und ab. Wärm die Oberschenkel auf. Richte dich auf, komm ganz kurz hoch auf deinen Ballen, strecke alles durch. Und schließ die Beine wieder nach rechts, nach links. Wechsel die Richtung, kreise von hinten nach vorne mit den Armen. Und streck dich einmal lang durch. Wir starten direkt in die zweite Runde. Richte dich auf, komm ganz kurz. Richte dich auf, komm ganz kurz in die zweite Runde. Richte dich auf, komm ganz kurz in die zweite Runde. Richte dich auf, komm ganz kurz in die zweite Runde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann sind wir am Ende von diesem Video angelangt. Wenn dir gefällt, was ich hier mache und wenn du mich unterstützen möchtest, dann wäre es mir eine riesengroße Hilfe, wenn du diesen Kanal abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du das Video likst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Tschüss! I know it's hard to admit when you're so afraid. Bye!